Quick-Tip Karpfenmontagen Wenn es um das Karpfenangeln geht, wird es wild. Denn beim Karpfenangeln hat sich so viel getan, so viele Montagearten, so viele Möglichkeiten Futter zu kombinieren, Köder zu kombinieren. Eine wahnsinnig komplex gewordene Welt in Russian Fishing 4. Das war alles mal einfacher, aber so wie es jetzt ist, ist es mittlerweile zwar super schwierig geworden, aber auch echt spannend. Also schauen wir uns mal eine Karpfenrute an, wie sie in den Basics zusammengebaut ist. Ich habe das schon mal in einem Aufbaututorial gezeigt, wie baut man die Karpfenruten oder die Grundruten zusammen, Wenn man quasi Lust hat aufs Karpfenangeln hier in RF4, baut man sich ja, oder spielt man vielleicht von vornherein komplett auf Grund, baut sich vom Feederset Start, skillt man quasi die ganze Zeit, bis man die Karpfenrute freigespielt hat. Ich glaube, das waren 60% im Grundangeln. Und wenn man das dann freigespielt hat, holt man sich so eine Fortuna Karp 360 XH mit einer richtig schön hohen Tragfähigkeit von knapp 40 Kilo. Hohes Wurfgewicht, extra hart und die hat, ich sag mal, ganz gut Power. Damit kann man die Karpfen ganz vernünftig halt auch rausziehen. So, und das Ganze kombiniert man dann mit, wie gesagt, Schwerpunkt beim Karpfenangeln, mit so einer HSV. Also die Siberia-Kaliber HSV als Rolle. 15 Kilo Bremskraft, das ist schon ganz gut. Warum diese Kombination? Karpfenrute, klar, das ist halt somit die schwerste Grundrute, die es halt gibt, die Karpfenruten. Ideal halt fürs Karpfenangeln. Und wenn wir hier in die Details gehen, diese Rolle ist ideal fürs Karpfenangeln, weil sie von relativ dicker Schnur sehr viel Fassungsvermögen hat. Das heißt, man kann sehr gut hier mit dieser Rute auf, ja, oder man kann sie mit Monoschnur belegen und kann dann damit richtig toll auf Karpfen gehen. Karpfen, ideal, ne, immer schön mit einer Monoschnur beangeln. Ihr könntet theoretisch auch hier eine Braid, also eine geflochtene drauf machen. Nachteil, ihr habt ein bisschen oder ihr habt deutlich mehr Verschleiß auf der Rolle. Nachteil, ihr habt zwar mehr Schnur dann drauf, weil die geflochtene Schnur dünner ist, als hier so eine dicke, ja, wir können ja gleich mal nachgucken, 45 Millimeter ist jetzt hier die Mono. Bei 19 Kilo habe ich irgendwas Adäquates als geflochtene. Wir nehmen mal hier eine 22er, genau. Also hier passen 200 Meter drauf von der Schnur. Und jetzt nehmen wir mal eine, die hat noch mehr Tragfähigkeit, ist aber dünner. Das heißt, hier passen 407 Meter drauf. Ihr seht also einen Riesenunterschied. Also bleiben wir hier bei der Monoschnur. Ist zwar nur halb so viel Meter drauf sozusagen, oder theoretisches Fassungsvermögen halt nur drauf, aber das reicht auch und man hat halt so ein bisschen mehr Dehnung. Das ist halt der Vorteil bei den Monoschnüren. Sie sind ein bisschen flexibler, das heißt die ganze Power von dem Fisch, der verausgabt sich quasi schon in der Schnur. Plus, wenn ihr die Rute schön zieht oder so ein bisschen schräg in den Winkel haltet die Rute, muss der Fisch auch noch die Rute biegen. Das heißt, er geht da auch nochmal zusätzlich müde dadurch. Das ist alles vorteilhaft, eben auch fürs Karpfenangeln. So, bauen wir mal neben der Schlaufenmontage, neben der einfachen Grundmontage sozusagen, hier bauen wir einfach mal die nächsten Montagearten zusammen. Das heißt, man startet ja nach der Schlaufenmontage mit zum Beispiel hier der klassischen Haarmontage. Wenn ihr die klassische Haarmontage habt, braucht ihr sowas wie einen Leadcore und hier natürlich nochmal diese Bleie. Das heißt, wir gehen mal eben hier in so einen nächstbesten Shop, gucken uns das hier an, gehen bei den Rig-Komponenten rein und dann denken wir uns jetzt schon, alter Falder, was ist das denn alles? Ja, jede Menge. Jede Menge Gedöns, aber man wird das schon irgendwann alles finden. Also, Leadcore steht ja hier. Gönnen wir uns, gucken uns das hier mal an. Leadcore brauchen wir halt jetzt für diese Montageart und dann ist dann noch wieder entscheidend, werfen wir unsere Köder eher da aus, wo es grün ist oder schlammig ist. Und dementsprechend verschiedene Farben an Leadcore gibt es eben auch, wenn man jetzt mal so ein paar verschiedene Leadcore sich gönnt. Hier zum Beispiel jetzt eins mit 18, holen wir nochmal zwei Stück dazu. Also, dann haben wir hier vom Gewicht her schon mal was passendes. Wir haben 19,1 Kilo auf der Hauptschnur, nehmen jetzt hier einen 18,1er Leadcore unten drunter und dann kommt hier nochmal ein schönes Blei dran. Nehmen wir mal eins hier, Inlinewirbel, 40 Gramm auch in grün und dann nehmen wir da drunter dann vielleicht hier nochmal so ein Standardfluorocarbonvorfach 17,4 Kilo. Und dann ist das hier passend aufgebaut. Das heißt, wir haben hier insgesamt, also wir sind über der Tragfähigkeit oder über der Bremskraft der Rolle, die Schnur oder die Schnurtragfähigkeit kann 1,5 mal über der Bremskraft der Rolle sein. Das heißt, wenn wir uns das ausrechnen, wir sind hier bei 15,5 mal 1,5 sind wir also quasi bei 23,5. Wir könnten 23,5 Kilo hier drauf klatschen an Schnur und könnten damit natürlich auch die Rolle komplett ausnutzen. Das heißt, ihr könntet auch hier insgesamt um die 20 Kilo alles einstellen. Auch das würde locker funktionieren. Und damit könnt ihr hier dieses Set so dann auch komplett ausnutzen. Vorteil, wenn ihr das hier so verwendet, ihr habt halt hier bei der Carp schon ein Brett mit 39 Kilo an Tragfähigkeit. Wenn ihr hier natürlich jetzt eine Fortuna FIDA FD420 zum Beispiel verwendet mit 19 Kilo Tragfähigkeit, dann könnt ihr das Set hier auf der Seite genauso zusammenbauen. Denn ihr seid mit diesen 17,4 Kilo unter der Tragfähigkeit der Route von 19 Kilo. Das ist wichtig, damit euch die Route nicht kaputt geht. Also, Route, jetzt nehmen wir nochmal die Fortuna FIDA FD420 mit 19 Kilo Tragfähigkeit. Die HSV drauf gekloppt, die Schnur, genau alles so drauf kloppen, genau in dem Setup, dass die Sollbruchstelle sozusagen ist hier das Fluorocarbon mit 17,4 Kilo. Das heißt, wenn irgendwo was schief geht, euch zieht ein Fisch leer, ihr kommt nicht hinterher, weil ihr zu spät losgelaufen seid oder, oder, oder. Oder ihr fettfingert und macht aus Versehen die Bremse zu. Dann reißt euch hier das Vorfach und es bricht nichts kaputt. Es geht eure Schnur nicht flöten, die halt ja deutlich teurer ist als hier das Vorfach. Es geht euch die Bremse nicht kaputt oder die Rolle nicht kaputt und die Route bricht auch nicht. Das ist alles wichtig. Grundvoraussetzung natürlich für all das, es ist alles repariert, es ist alles heile. Wenn ihr natürlich irgendwann eine Rolle habt, die komplett fix und foxy ist, komplett verschlissen und das Getriebe ist auch schon kaputt, dann kann es natürlich sein, dass euch dann irgendwann auch die Rolle kaputt geht. Ja, wenn wir dann hier die Köderkombination uns anschauen, haben wir hier bei der einfachen Haarmontage verschiedenste Möglichkeiten. Die Haarmontage bietet die Möglichkeit, eben auch Pellets zu verwenden in Kombination auch zu Boilies, Pellets alleine oder eben auch Boilies. Ihr seht manchmal, wenn ihr in die Rekorde reinschaut, Rekordliste, wöchentliche Rekorde, manche Fische bevorzugen einfach diese Pellets. Sinkend, es liegt auf dem Boden herum, es sind Fische, die vielleicht eher auf dem Boden rumgründeln und dementsprechend fangt ihr diese Fische eher mit Pellets als mit Pop-Up-Montagen, wo die Boilies halt eher im Wasser oben rumschwimmen. Schauen wir uns das jetzt einmal hier genau an, wenn wir hier zum Beispiel eine der letzten aktuellen Montagen nehmen, die jetzt gerade am Bernsteinsee liefen, da war das alles relativ pfeffrig. Pfeffer plus Muschel lief da zuletzt ganz gut und da haben wir hier zum Beispiel Pfeffer-Muschel-Pellet in 18, dann kann man hier zum Beispiel Pfeffer in 20 oder hier schwarzer Pfeffer 18 auch nochmal nehmen. Man könnte allerdings auch was in Richtung Muschel nehmen. Dann nimmt man hier zum Beispiel Muschel und Krabbe oder einfach hier Muschel, Krabbe und Muschel oder atlantische Muschel, also ungefähr in dieser Richtung bleiben. Wir nehmen einfach jetzt in dem Fall mal so einen auflösenden Beulie mit Muschel und Krabbe. Dann nehmen wir hier aber jetzt Schwerpunkt, jetzt haben wir ja schon zweimal Muschel. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal einen muscheligen Dip. Jetzt haben wir dreimal Muschel und wenn ihr dann später im Game schon so weit seid, dass ihr PVA freigespielt habt, das ist aber wirklich dann spät im Spiel, dann nimmt man hier auch noch ein PVA mit Muschel vom Bernsteinsee hier hatte ich was zusammen gemischt. Genau, nehmen wir mal dieses PVA hier und dann sieht man auch hier haben wir dann die Inhaltsstoffe der Futtermische. Das ist ja eigentlich nichts anderes als Futtermische. Ihr könnt auch eine Futtermische zusammenstellen und auswerfen, wobei man halt meist nicht so weit rauskommt beim Werfen oder eben ihr verwendet die Futterrakete oder das Wurfrohr oder ähnliches. Also zum Anfüttern gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und hier haben wir jetzt dann quasi die Möglichkeit oder die beste Möglichkeit eigentlich verwendet, das mit dem PVA und ihr seht auch hier sind die Komponenten auf die Köder abgestimmt. Das heißt, wir haben hier Pfeffer und Muschel und Muschel und Muschel und haben dann hier als Basis Maismehl ist immer ein bisschen was süßlich, das kommt immer in der Regel ganz gut an, auch bei den Karpfen. dann kommen dazu die Wandermuschel und dann gibt es so Pellets, kleine Pellets mit Muschelaroma, also diese Pellet-Feed-Pellets für Muschel in drei verschiedenen Größen, Dreier, Sechser und Achter und dazu nochmal als Soße, man hätte jetzt auch eine Muschelsoße verwenden können oder jetzt hier als Aroma nochmal schwarzer Pfeffer. Also diese Kombination kann man dann eben als einheitlich gut verwenden und damit fängt man dann auch ganz gut. Das ist eigentlich so das Wichtigste, es muss einfach alles stimmig sein. Ob das jetzt Muschel ist oder ihr macht daraus das Ganze in Kombination mit Krabbe oder mit Pfirsich oder mit Erdbeer oder oder oder. Ganz aktuell soll jetzt auch wieder schwarze Johannisbeere ganz gut funktionieren. Würde bedeuten im Fall von schwarze Johannisbeere, da würde ich dann jetzt umändern das Ganze auf zum Beispiel Pop-Up-Rig, das nächst wichtige oder eins der essentiellen Karpfen-Rigs. Und wenn ihr dann hier auf dem Pop-Up-Rig seid, habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit etwas einzustellen. Wir nehmen jetzt hier mal die Muschel und das Muschelpva wieder weg und dann haben wir hier mit dem Pop-Up-Rig Pop-Up Boilies, also Boilies, die nach oben schwimmen plus nochmal so Maiskorn, was nochmal so ein i-Tüpfelchen gibt, farblich, aber auch aromatisch und da ist, ich sag mal, der große Standard entweder hier Pop-Up mit Mais, also Boilie und Mais oder einfach nur zwei Maiskörner. Zwei Maiskörner sollen gerade aktuell ganz gut funktionieren. da sieht es dann so aus, dann nimmt man dann hier zum Beispiel jetzt die Johannesbeere, zack, nimmt dann hier den Johannesbeer-Dip und dann kann man auch hier wieder sich so ein Johannesbeer, so eine Mische zusammenstellen. Also und die Mische würde ich sagen, bauen wir uns doch mal eben zusammen. Wir sind hier gerade beim Angelgeschäft und wir suchen uns mal Johannes. Johannes. Und das sehen wir hier auch schon, wir gucken mal eben nach, haben wir da noch genug und hier haben wir schwarz Johannesbeer-Pellets. Davon wird gerade ein bisschen komisch angezeigt. Ja, 25 Portionen, das reicht mir auch noch, habe ich sogar alles noch. Johannesbeer-Aroma habe ich auch noch. Wir können aber auch noch ein bisschen mehr verwenden. Nehmen wir mal die kleinen jetzt hier und dann wird das zusammengebaut, ich drücke mal jetzt hier N, da sehen wir ja hier alles, was man so basteln und verwerten kann. Hier zerschreddern wir jetzt mal unsere Johannesbeer-Boilies. Dann nehmen wir mal die kleinen Zwölfer, die ich gerade gekauft habe. Die werden jetzt einmal geschreddert. Zack, zack, zack. Mit dem Grinder mal eben hier schön haben wir jetzt hier so eine Portion geschredderte Boilies. Dann gehen wir hier in die Trockenmische rein, machen uns hier Jo-Jo-Hannes. Die Johannesbeermischel, damit wir die auch wiederfinden. Gehen auch hier wieder aufs Maismehl ruhig als Basis für Karpfen. Und dann suchen wir uns hier die Johannese zusammen. Einmal das geschredderte Zeug. Dann suchen wir uns den nächsten Johannes. Und ich sehe gerade, uns fehlt noch eine Komponente. Da haben wir den noch. Und hier könnten wir jetzt natürlich sagen, okay, wir haben jetzt hier schon Mais als Basis. Wir könnten hier auch zum Beispiel noch mal Mais auch extra nehmen. Auch das ist ja durchaus ein Köder, der gut funktioniert. Maisfeeds oder einfach hier so eine Mais-Standard-Mische. Damit kann man es einfach auffüllen. Schwerpunkt Johannes ist ja schon drin. Plus Johannes, schwarze Johannesbeere. Tun wir dann hier auch noch mal mit drauf. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal einmal die Möglichkeit, das alles als Mische so kombiniert anzufertigen. Zap, 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 zap. Und da ist es fertig. Und das wird dann anschließend noch ins PVA gepackt, wenn man es denn dann schon hat. Dann sehen wir das auch noch mal aus, dass wir es wieder finden. Jojo, Hannes, hier ist es. Anfertigen. Und dann haben wir schon die PVA's und können damit dann so das kombinieren. Und dann haben wir so ein komplettes Set, um damit ja, jetzt gerade aktuell erfolgreich am Bernsteinsee auf Karpfen zu gehen. Man kann das auch natürlich dann hier noch mal kombinieren. Man könnte jetzt auch sagen, okay, wir nehmen hier einen Boily, das heißt Johannes, schwarze Johannes Pop-Up Boily, jetzt so ein 20er mit so einem Johannes Mais. Und auch so kann man das natürlich dann wieder kombinieren. Zuletzt auch da wieder mit Muschel kann man das auch kombinieren. Also da einfach mal ein bisschen rumsuchen. Ein bisschen vielleicht aufpassen, dass ihr nicht zu viel ausgebt, zu viel kombiniert. das Ganze schluckt Tausende von Silber. Ähnlich wild, wie das Spinning auch so wahnsinnig viel Silber schluckt. Ich glaube, das Karpfenangeln mit der ganzen Futtermische und den Kombinationsmöglichkeiten schluckt einfach noch mehr Silber, weil der Verbrauch halt auch größer ist. Ihr ballert das ja alles ständig raus und beim Rumtesten geht da natürlich viel drauf. Das heißt, schaut am besten in die wöchentlichen Rekorde. Was läuft gerade aktuell? Was funktioniert wirklich? Wo ist der Spot, der gerade funktioniert? Dazu natürlich wieder mal unten der Link fürs Discord. Schaut rein ins Discord, wo am Bernsteinsee, wo am Bärensee, mit welcher Köderkombination läuft es gerade? Und dann genau da an der Stelle ist ein Spot anfüttern. Länger dort angeln, fürs Grundangeln ruhig mal real life so zwei Stunden einplanen. Es kann sein, dass in der ersten halben Stunde es noch ein bisschen zäh ist und dann mit wachsender Menge an Futtermische auch im Wasser wird es dann irgendwann ein bisschen wilder und dann irgendwann ist der Spot richtig aktiv und ihr könnt schön rausziehen die Brocken. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Wenn ja, dann Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis dahin.